So, da seid ihr ja. Hi! Hallo! Und? Da sind wir. Um was geht's dir heute? Ihr habt bestimmt schon alle von einem Game Master gehört, oder? Hast du schon davon gehört? Was macht der Game Master? Der... Weiß ich gar nicht. Weißt du gar nicht? Okay, Schnucke, kennst du den? Gruselige Gestalt ist das. Ist gar nicht gruselig eigentlich, oder? Doch. Das ist doch nur einer, der ruft an und sagt hier, ich will spielen. Was geht an? Was geht an? Der ruft an oder schreibt oder hinterlässst Nachrichten oder so. Auf jeden Fall. Eine ganz, ganz mysteriöse Sache. Und da habe ich schon ein bisschen Angst vor. Ein bisschen. Das ist ja fast... Du hast Angst vor. Wie ist das alles so gestellt? Ich glaube nicht, dass das... Hast du uns verraten? Nein, ich weiß nicht. Game Master, Game Master. Da gibt es ja so ein paar Kanäle. Da denkt man dann, wenn man das guckt, so... Momo? Momo war ja genau so eine Gestalt. Ja, diese Angstgeschichte immer, ne? Genau, diese gruseligen Horrorgeschichten. Man will das ja geradezu, dass man sich was anguckt und dann so denkt, so... Am besten abends, dann so Pyjama-Party und dann ein gruseliges Video gucken, ne? Toll. So was irgendwie. Wollen wir auch so ein gruseliges Video machen? Ne, wollen wir ein lustiges Game Master-Video machen? Nein, wollen wir nicht. Jetzt sind wir hier bei Insta. Und wie sieht's aus? Also bis jetzt sehe ich nichts. Keine Nachricht oder sowas. Wieso kriegen wir... Alle kriegen sowas, denke ich. Und nun sind wir ganz enttäuscht. Willst du rausgefordert werden zum Spiel? Ich will auch ein Spiel spielen. Ich will auch ein Spiel spielen. Wollen wir mal kurz gucken, wenn da eine Tür ist? Wir haben gerade über dich gesprochen, komm rein. Wollt ihr das Spiel bespielen? Das ist doch voll freundlich. Wollt ihr das Spiel bespielen? Habt ihr gar keine Angst vor mir? Ah! Keine Angst! Müssen wir Angst vor dir haben? Keine Angst! Ah! Habt ihr gar Angst vor mir? Ah! Ah! Alle spielen! Wir spielen! So wollen wir kein Spiel spielen! So bist du so laut, du! Du, die Leute! Hau auf, mach ein Techno ab! Boah, ich hau ab, Dad! Wir spielen spielen! Wir wollen das Spiel spielen! Schluss mal kurz. Eigentlich ist das doch ein ganz netter. Guck mal, der tut doch überhaupt nichts. Und ihr behauptet... Hat er dir wehgetan? Haben die dir wehgetan? Also, wir haben jetzt hier den echten Game Master. Den echten, den The Real Game Master. Ist bei uns hier. Setz dich! Warte mal, nichts mit Schwarz und Schermotten auf die Couch. Setz dich auf den Fußboden. Wir müssen wieder anfangen! Wollt ihr meinen Anweisungen folgen? Ich mach euch alle fertig. Wisst ihr alle, was Schere-Stein-Schmerz ist? Jop! Ihr werdet euch kennenlernen. Komm! Schere-Stein-Schmerz! 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 So geht Schere-Stein-Schmerz! 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 Du warst besser als du! Du wolltest mich gesingen! Wer ist als nächster dran? Ich? Schere-Stein-Schmerz! 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 Hörg-Schmerz! папa-schwe-oh...! Fjągst du! Ich will gar nicht! Gib meine Pärele nach vorne! Willst du? Nein! Warum fue-schu-diesel? kidding sigh. Na nein nein nein... Ok, war noch einen Sperrse. Das tat gar nicht weh. Ich kann das gar nicht zuschlagen! Tony, ha eit noch noch einen Runde! Du! Ihr seid drin jetzt! Schere-Stein-Schmerz! 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 Schweresteinschmerz. 2000 Jahre später. Der wird immer böse. Schweresteinschmerz. 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 Nee, aber du hast ihn mit der Pause so. Du hast gewonnen. Ich hab gewonnen. Den kann ich nicht mehr. Du spielst das Ende, oder? Nein, wir spielen nochmal. Eine Runde noch. Schweresteinschmerz. Ah! Ich hab ihn mit der Pause. Oh! Lass ihn, lass ihn. Der hat doch schon Angst. Und wie gesagt, was war denn das für eine Menge? Welches Spiel hattest du uns eigentlich mitgebracht? Du bringst doch immer zu jedem was mit, oder? Ja, ich hab immer was hergebracht. Steht schon in welchem Haus? Steht schon im Haus? Nein, ist das vom Game Master? Game Master bringt uns... Da hat sie einen geklappt. Hörst du gar nicht da draußen? Ich hab noch die Füße. Steht da auch irgendwo GM drauf? Für Game Master? Ganz groß. Wo denn zeig ich her? Game Master. Guck dir das an. Hier steht GM. Überall. Hat er überall hingetrieben? Das ist wirklich vom Game Master. Nein, das weiß ich nicht. Wollen wir das jetzt aufmachen? Zeig mal, wie dein echtes Gesicht ist. Nein. Der Mann ohne Gesicht. Enthüllung des Game Master. Wieso verratet ihr das jetzt alles? Jetzt ist das Spiel zu Ende. Wer ist es in Wirklichkeit? Wer ist es? Der Mann von Nike. Nike Master. Nike Master. Der Game Master ist da. Und so sieht der Game Master in real aus. Wittst du einig? Diese Maske ist richtig nass geworden. Wir gucken jetzt mal kurz, was im Paket drin ist. Ah, er hat schon voll Blut geschmiert. Nein. Schwarzes Blut vom Game Master. Ich habe viele Pokémon-Bälle mit Pokémons über viele Jahre gesammelt. Und das sind leider nicht, ich weiß. Leider nicht alle vollständig. Sorry dafür. Es wäre cool, wenn du mich mal grüßen könntest. Finn. Warte mal, war das Paket an Ash? Grüß Gott, Finn. Pick up 2 ohne Spannung. Hey, die kennst du auch alle noch, ne? Also nicht mehr alle. Kennst du noch Glibunkel? Der ist so dunkel. Ja, den kenn ich. Wer ist das hier? Palkia? Äh, Luke. Nein. Ach Gott, hier hießen die noch. Arcos, nein. Das ist gar nicht wichtig. Dracos! Bonitlich! Guck mal, ein bisschen Gedächtig ist er da. Ja. Okay, und hier ist jetzt noch ein Pokémon. Aber keine Ahnung, wie der heißt. Ich glaube Wolfram, oder? Was ist der? Und hier, hatten wir den nicht auch? Pan... Pan... Panferno. Panferno ist die Weiterentwicklung von Panflam, ne? Entei! Entei! Okay, wir werden uns jetzt nochmal hier die Pokémons angucken. Und dann würde ich sagen, haben wir mal hier den Game Master ganz schön. Aufs Korn genommen, oder uns. Keine Ahnung. Nimm das nicht ernst hier. Bis zum nächsten Grusel-Video. Uuuuh. Hey, und da ist es doch noch nicht zu Ende. Schreibt mal unten in die Kommentare, bing, 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 ob wir noch 20 weitere Videos davon machen sollen. Vom Game Master. Also, und jetzt aber tschüss. Mal mit dem, we wieder.